habitiert So, willkommen zurück freunde des Ben & Jerry Ahah Torson kann nicht einfach nie warten. Er ist einfach mitten drinnen. Soll ich auch darüber kommen? Nein ok du wartest ok du kannst dich ja mal umgucken ich kann hinter die map gucken bitte nicht ok von da hinten aus muss man also bis hier fliegen so viel ist klar ok ich weiß aber auch schon wie im kubus ja moment dazu kommen wir noch ich gehe nämlich hier rein und fliege dann hier das hat auch keinen sinn ein kubus ich weiß nicht wie ich hier ausreichen soll kann hier oben ein portal entschießen das war's deswegen musst du erstmal müssen wir erstmal das ding da oben aktivieren dass da kriegst du hier den was die schräge doch ich bin in einem glashaus sie gut aus auf jeden fall müssen wir erstmal das da aktivieren dann kann ich hier ein portal denke ich machen aber erstmal müssen wir ja da rüber kommen da ist ja auch noch ein portal ne da ist ja auch noch eine plattform wo du dran machen kannst ne hier da ja ja da musst du auf der seite und auf der seite eins machen und das bringt was dann kann ich schon rüber fliegen wie willst du da rüber fliegen ja hier von der seite aus nein wie ich kann da reinspringen das sind schräge du willst doch nicht einfach nur in die schräge reinspringen ja doch das klappt das bringt nichts das klappt du musst doch weiter oben drauf springen ja tu ich doch dann quasi ups wo denn da und wo willst du drauf springen auf die schräge du sollst doch aus der schräge raus kommen hm das ist ja wieder nicht nachgedacht man 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 ne ich dachte dass ich dann halt auf die schräge springe und dann an der seite hinten rauskomme wenn du doch wenn du doch von da oben raus komm äh reinspringst ja bringst du in dieses rote portal das heißt du kommst aus dem gelben wieder raus ja ja dann mach ich ein rotes portal auf die rampe und komm dann da hinten raus nein das würde nicht hinhauen hm du kannst es ja gerne versuchen nur weiß ich nicht wie ich da hinkommen soll jetzt hm hm also warte dann helfe ich dir da rüber zu kommen erstmal buch hast du nein da hinter dir willst du da bleiben oder zurück das hat schon mal gut geklappt hm das hat auch gut geklappt das hat auch gut geklappt alter da ist mein internet absiegekackt bis gleich so leute hallo und herzlich willkommen zurück zu portal 2 nein und torsen stirbt erstmal läuft hier war mal gestern schon mal ne aber da hat er da haben wir den Pater nicht weiter gemacht ja ging ja nicht ist ja alles abgestürzt hier ja nur hab ich jetzt immer noch keinen Plan was wir hier gemacht haben wirklich wir kamen ja hier noch nicht so wirklich weiter irgendwie wir müssen da an dem Ding hin au ach ja wir müssen ja stimmen dann das Ding da ähm und diese Murmeln müssen wir also den Würfel müssen wir hier ausdrücken weil du kannst da ein Portal an die Decke machen wo du drauf jumpen kannst ne da ja aber du kannst dann nicht irgendwie außerhalb noch ein Portal setzen oder doch wenn hier irgendwie müsste das passieren dann aber ich denke wenn man diesen Knopf da aktiviert ne äh Moment den da dass dort dann eine Platte ausfährt wo du dich dann drauf stellen könntest naja das denke ich auch oder ich wo ich ein Portal gegen schießen könnte dass ich dann hier oben auf der Decke lande naja nur erstmal an diesem Hebel drankommen da ist dieses Problem ja das ist der Problem ja das ist der Problem hm so man muss irgendwo ganz klar runterfallen naja aber wo ich meine da ist ja nichts mehr zum runterfallen ja hier nicht das Einzige was ich mir vorstellen könnte da an dieser an dem Ding ne dass du da irgendwie durch fliegen musst gut die Dinger bringe ich mal gar nichts da kommt man nur hin und her was ist wenn man noch da geht hier ist man doch schon ganz nah dran man müsste eigentlich nur mit Schmackes hier raus fliegen naja aber irgendwie wie sie mich ja gut jetzt ist das Problem hm irgendwie muss man irgendwo runterfallen können bin ich jetzt blind oder blöd oder wahrscheinlich beides Moment mal Moment mal schade das wäre ja zu einfach also du musst denke ich mal auf jeden Fall da drüben bleiben ne weil da sind ja diese Sperrdinger wieder damit die anderen Portale verschwinden ich müsste mich hier irgendwie rausschleudern mit dem Kuhbus ja das ist richtig du wirst wahrscheinlich schon wieder wie es weitergeht wahrscheinlich ja wir haben den ja gesagt schon dass das hier länger dauern kommt kannst du mir mal ein Portal zurück machen gerade wohin damit ich wieder auf die andere Seite komme also selber machen zum Anfang ne ich muss hier oben ein Portal lassen ich muss testen hoch oh da war Wasser glaube ich das war zu dicht hm Säure ja noch weiter zurück zum Anfang hin willst du denn zum Anfang achso da hier ist der Anfang ja ich will aber darüber da danke was willst du hier ich will das testen ich will das testen hab ich auch schon versucht das geht nicht allerdings oooh warum machst du das man hee 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 he Was du nicht sagst, dumme Kuh? Ich gucke gerade, vielleicht kann man im Flug irgendwo ein Portal hinknallen. Ja, bringt ja nix. Warum? Warum weiß ich auch noch nicht, aber bringt nix. Warum soll das nix bringen? Weiß ich nicht. Wenn ich doch da oben ein Portal hätte setzen können? Was ist das denn? Okay, das ist alles, was kompliziert ist. Oh. Was? Hm. Ich glaube, du musst hier hinkommen, mal zu dieser schrägen. Ich glaube, ich habe es entdeckt. Komm mal hier hoch. Hä? Hä? Das musst du ja auf der schrägen eins machen und hier muss ich irgendwie hin und her titschen. Wo hin und her titschen? Naja, ich gehe jetzt erstmal da rein. So. Nein. So nicht. Kannst du mit deinem eigenen Portal machen? Naja, aber du musst das dann gleich wechseln, dass ich irgendwie auf die Rampe komme. Weil ich von der Rampe wegfliege. Weißt du? Ja. Ja. Oh. Sollte die Lösch auch... Na, treffen. Na. Schwerer, als es aussieht. Soll ich das nicht machen? Nee, ich habe es fast. So. Oh. Oh. Boah. Dann müsste ich im Prinzip hier Those Mobus machen oder nicht? Ja. Irgendeiner muss da an den zwei Wänden da die machen, aber es geht ja nicht, weil da unten ... wo unten die Dinger sind, wo dann die Portale weg sind. Da oben kann man ja nicht durchschießen. Aber schön, dass du das hier schon mal entdeckt hast. Ja, nur was bringt uns diese Erkenntnis? Das war schon mal nicht unendlich lange durch ein Portal verhindert. Ja, kann man schon, muss sich nur ein bisschen bewegen. Ich will mich aber nicht bewegen. Ach, man muss die ganze Zeit nach unten gucken. Yo. Also ich muss, warte mal, lass mal schauen. Ja, wenn ich nämlich durch diese Dinge hier fliege, dann verschwinden ja meine Portale auch. Ja, ja. Das ist ja schon klar. Und du kannst ja nicht durchfallen und gleichzeitig hier einsetzen. Ja. Laut dem Prinzip müssten wir drei Leute sein. Ja. Aber das ist ja auch Unsinn. Das muss ja irgendwie so klappen. Eigentlich schon. Gut, während dem Fall kann ich ja nicht hier rausschießen. Das ist lustig. Oh, ich... Brauch nicht gut. Das ist kompliziert! Ja, man glaubt es kaum, Leute. Das ist echt gerade... Wir stellen uns wahrscheinlich an wie die ersten Menschen, aber... Es ist schwer. Vielleicht verhalten wir uns gerade wie die echten Menschen... Äh! Ersten Menschen. So, von wegen... Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Ich mein, wenn die Blue kann ich ja weder hier ein Portal setzen, noch kann ich da hinten an die Dinger ein Portal setzen. Normalerweise müsstest du dich hier durch die Gegend porten können. Ja, aber so schnell bin ich ja nicht von der einen Seite des Dings auf der anderen Seite, das ich dann machen kann. Klar, du müsstest dich so schnell durch die Gegend porten können. Hm. 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 Ja, das ist es... ...dachst dann dagegen. Ja, das ist es... ...dachst dann dagegen. ...dachst dann dagegen. ...warte mal. Ach nee, das geht ja auch nicht. Wir kommen ja weder hier rein noch raus dann. ... Oh! ... Ich verstehe es nicht! Wie hast du das Portal hinter die Wand bekommen? Welche Wand? Da links neben dir ist ja schon eine Wand da! Da ist kein Portal! Ach ne, da ist das Portal! Ich hab mich vertan! Alter! Ich würde sagen, wir versuchen es offline einfach mal weiter! Und wenn wir es schaffen, dann machen wir das Level für die Zuschauer nochmal! Klingt gut, bevor wir jetzt hier einen ganzen Part hängen und das irgendwie nicht hinkriegen! So Leute, dann sehen wir uns wieder, wenn wir das hier irgendwie mal hingekriegt haben! Bis später! So Leute, da sind wir wieder mit dem super Level hier! Hat uns auch ganz lange gedauert, bis wir es hier geschafft haben! Ja, da muss man aber erstmal drauf kommen! Naja gut, wir haben es jetzt geschafft immerhin darüber zum Schalter zu kommen und dachten uns so, ja das machen wir dann mit den Zuschauern jetzt zusammen weiter! Genau! So, dann mal los! Na, Ziel muss man können! Ja! Ruf! Achso, Moment! Ich denke mal, darüber kommt es ja sowieso! Ich zeige dir das jetzt für die Zuschauer auch nochmal, damit ihr sehen wie das funktioniert! Achso, du kannst ja gar nicht hier rein! Nö, ich gucke hier gerade mit Stop! Achso! Achso! Nein! Achso! Ah! Doch so simpel! Trag ich doch! Oh Gott! Tschüssknopf! Oh! Jetzt wird es lustig! Äh! Das wollte ich machen! Zu spät! So! Fliegt das Ding dann hin? Ja, ich muss ihn auch fangen, hier! ja sagt bescheid wenn du so weit bist und so weit ich will schon die ganze dann mal los ja das hat jetzt ewig gedauert in rekordzeit verlaufe ich hin bin ich ein behindert ja bist du wenn du mich so direkt fragst rekordzeit weißt du naja das war rekordzeit mein freund ja halben part quasi andere brauchen dafür fünf parts wie meinst du ja deswegen rekordzeit naja wir haben ja auch einfach unterbrochen und dann geschaut dass wir so irgendwie hinkriegen ja gut und wie lange auch immer wieder jetzt vorsahst noch mal sehen wir das nächste level wird wenn das auch so hart wird freut euch leute freut euch kann auch was dauern bis wir hier fertig sind vier von neun oh wasser nein glibber keine ahnung nein naja wie soll man denn da rüber kommen äh mhm ah cool das muss ja dagegen fliegen dann nee oder nee warte musst du das einmal die ganze wand entlang da spritzen lassen das war auch unsinn das ist ja auch quatsch also kommst du ja nicht weit ach wir brauchen nee das geht auch nicht ich hab pass auf ich klau dir das warte mal kurz was hast du denn hier gemacht diese wand glibbrisch gemacht ich hab an der seite das portal hin gemacht da hinten dieses blaue glibber zeug an die wand gespritzt jetzt musst du mit deinem portal von dem glibber da so an diese lichtwand hier machen und das einmal komplett entlang mh 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 das sieht lustig aus bin ich drüben das hört sich auch lustig an mh 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 die kampagne wüsstest du es ich habe die gezeugt ich weiß noch nicht mehr und die beschleunigt dich nachher jetzt daraus kotze mich an das bringt so gut wie gar nichts um mal so zu wissen was machst du da ich weiß es noch nicht ganz was auch gut noch probiere ich aus ich habe keine ahnung was wir hier machen ist ok 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 man kann das rote überzeugen wir müssen erst mal nach dort das heißt wir müssen aus dem raus erst mal eigentlich dahin das heißt wir müssen ich weiß es gar nicht aus welchem raus müssen dann kann er nur aus dem da sein irgendwie mal ein portal da weg wo was wie da ok du müsstest mal dass das lichting da noch mit voller glibber machen da ist doch zu viel rot dran ich krieg das rest ist nicht weg boah das kriegst du hin nee ja doch sag mal so und das fällt zu hoch tiefer kriegst du es nicht lass mich das doch mal machen klappt doch klappt gut die witzig aus huch aah hey lol ja gut das bringt uns aber auch nicht viel doch vorerst so müsste das sein jetzt müssen wir da hinten an das andere ende lieber dran kriegen hier das wasser bauen zu können und ganz am anfang müssten wir noch das rote hinkriegen doch geht nicht da geht aber nicht warum soll es nicht gehen wir wie willst du das denn machen wenn ich das jetzt mal mach da noch ein portal hin und mach da noch ein portal hin äh da noch ja dann wird das mal überschrieben so ouch hast du hast du das gesehen ja noch mal ouch ok 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 nochmal das machen wir nochmal neu mach das nochmal blau ich bin man das macht spaß was das ob blau das bringt ja auch nichts so sind wir zu viel zu langsam so ist gut hätten wir das schon mal geschafft ja ich muss man nur noch da irgendwie an hoch das heißt du kommst dann da ich glaube die rampe muss da lassen damit mal anschwung kriegen genau nur aus dem dann raus aus dem bringt uns ja nix doch dann klatschte von da gegen diese säule da hoch connection problem das hat dieses spiel ziemlich oft das nervt langsam ich glaube torsten hat ein disconnect oder ich habe ein disconnect bis gleich leute gut leute da das spiel jetzt eh wieder abgeschmiert ist und wir das nochmal von vorhin anfangen müssen würde ich sagen sehen wir uns im nächsten part wieder warte mal wir haben das auch noch nicht gemacht stimmt aber da kommen wir gar nicht hoch doch ja das zeigen wir den leuten auf jeden fall im nächsten part okay also bis dahin leute auf wiedersehen abonniert und favorisiert liked und was weiß ich nicht alles ne bis denn halt die schnauze ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020